ja sonst nach vorne ist eine höhle da könnte man sonst noch kurz rein können wir theoretisch auch zehn minuten hätten wir noch die ist doch glaube ich oben drauf irgendwo so ein spalter meint das ist doch die direkte an der mauer ich lasse mir von dir zeigen wo die spalte ist das hast du jetzt gesagt das kann ich das kann ich kein problem bezweite ich denke dann eindeutig mehr am leben oder in der spalte da hinten ja da kommen schon wieder welche da wir auf dem dorf zu mindestens fünf stück ja aber die tun eigentlich die zumal mit dem nicht zu da muss nur aufpassen wegen der ausdauer so hier unsere haus was wir hier die hier mal nicht warte da war ich weiß nicht da waren wir doch schon drin war hier ist unser haus ja ja war hier in der höhle schon drin denke ich mal schon weil ich kann was da drin ist wir können aber kurz reingehen und mal nachschauen mein zum speichern haben wir es ja nicht weit als ob das ein riesen umweg jetzt wäre alter bisschen erschrocken gerade ja vor dem fledermaus war es also gemacht ein topf eine leuchttfackel drei leuchttfackeln ich kann es wieder die ganze tierisch das spiel wieder retten hier kannst du praktisch dir ein lager aufschlagen könnte man eigentlich sagen ich höre hier unten schon was da unten da sind welche zwei von dem blauen und ein paar babys die frage ob wir da runter gehen wollen oder nicht mir ist egal einer brennt schon ja ich dachte ich habe noch kurz ein bisschen licht ich gehe schon mal runter immer das katana in die hand weil ich werde gar nichts weiter in die palmen das war das ich mich mal tot wir schmeißen hier mit sprengstoff rate mal wer steht wohl noch oben und hat gerade ein bisschen ich habe gerade ein bisschen angst und schrecken verbreitet jetzt leben ja auch bei uns das kann auch nicht passieren jetzt noch mal eine tage tiefer aber kann es nicht sogar sein dass wir jetzt in eine höhle hinabkettern wäre schon waren weil die da sind ja irgendwie miteinander verbunden oder kann sein ja mit die karte gucken neu ist hier entdeckt da vorne sind auf jeden fall lichter und noch mehr vorsicht so der hat jetzt hinter sich der jungen kurz und schmerzlos ja ich höre bäbis wetter ist ganz viel geld ich werde hier kannst du bestimmt weit runter zaubern das sind mindestens vier stück noch mehr da hinten noch mehr oh oh das ist aber zäh hier ne geht euch das lilly geht euch das lilly und bleiben ja da kommt ein baby noch ich glaube ich habe auch nicht angesprochen kämpfe immer ich höre gerade ein bisschen kassetten ist das nicht meistens so wo baby sind da sind auch große so keine ahnung also eigentlich schon so normalerweise so muttertiere noch viel zu holen ist ja nicht nur kein scheiß wie kann ich eigentlich den kassetten spieler wieder ausmachen ja hast du mal mit 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 r2 versucht das ist eh ja wie soll ich sagen vorbei also sieht ist zu ende ich lege ohne ende springen stoff wieder ich hoffe hier sollten dann auch langsamer zurückkehren würde ich sagen ja es gibt jetzt ja anscheinend eh nichts großartiges kommen wir ja hier irgendwo raus ja aber wir sind jetzt recht weit weggelaufen dann ist ja oben wieder zurück latschen wir jetzt eine richtung auf und kommen direkt vor der bühne wieder raus ach da kommt einer wir haben gerade auf dem poten da vorne ist noch ein seil ich dachte gerade darum steht dann aber das ist die plattform an dem das seil dran ist was verbrettert und babys aber irgendwie möchte ich jetzt nicht gerade noch tiefer gehen sondern eigentlich langsam nicht so feierabend ja weil da unten sind da sind noch ganz viele leute ganz viele da müssen große rauben oder unten ich glaube da gibt es die karte wenn ich mir gerechnet wo sind denn die anderen beiden überhaupt hier es fehlt nur eine person eine ahnung wo sie ist wenn ich die falsche richtung gelaufen ich weiß ja ich sehe den namen nicht mehr ich sehe eure namen noch in welche richtung gehen wir denn jetzt sind sie zurück oder würde ich sagen ja ich komme wieder runter nämlich am ende das seil hoch und war da war wo mehr höhle oder ja da ging jetzt noch mal man konnte jetzt oben noch mal gerade ausgehen oder noch nicht noch mal wieder ein seil nach unten ja aber wir sollten einfach wieder zurückgehen und da wieder hoch dann sind mal direkt bei uns also bei unserem ja wir ziehen jetzt gerade jetzt schon wieder so ein bisschen lang ja ich sehe euch wieder ja das ist nicht die richtige richtung aber da kann man wahrscheinlich mit dem luftdrehen ganz weit nach unten tauchen und da gehst du dich auch noch mal ganz weit so wie das da aussieß in dem wasser hm und da So, da darf ich gleich wieder draußen sein. Ja, hier ist sie. Oh, das ist dunkel. Ja, aber wir sind ja direkt hier. Ja. Und da sind schon wieder welche. Ich nehme mal das andere Tor. Ja. 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 Ja.